Die Tiefe eines Bildes ist ein Zwischending zwischen Materialtiefe und der Tiefe, die es erzeugen soll. Also ich bin schnell an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass das, was ich malen wollte und so wie ich es malen wollte, schon alles eigentlich gemalt war. Und es hat mich auch ein bisschen gelangweilt oder es war eigentlich nicht mein Ding. Ich bin nicht der typische Maler, der mit Farbe und Pinsel Bilder malt. Da muss man auch eigentlich ein Typ für sein. Ich bin eigentlich eher so eine Art Entwickler. Ich versuche Sachen zu entwickeln und die umzusetzen. Und da ist mir dann das Medium im Grunde egal, aber die Wellpappen, mit denen ich halt angefangen habe, das ist halt ein so vielschichtiges, weites Feld, welches ich im Grunde halt noch beackern will. Ich habe dann eines Tages einen Wellpappstapel neben einer Altpapiertonne vorgefunden und hatte mir gedacht, wenn man das Ganze zusammenklebt und man dort ein Bild rausschnitzt, das könnte ja schon immer ein Trägermaterial für Farbe sein. Und halt daraufhin habe ich das dann halt benutzt und habe dabei entdeckt, wie gut das funktioniert. In der Zeit habe ich die Sachen noch versucht, realistisch anzumalen, wobei ich dann während meines Studiums festgestellt habe, dass man das nicht mehr anmalen braucht, sondern dass es eigentlich durch Licht und Schatten durch sich selber halt funktioniert. Eigentlich habe ich eine Idee im Kopf. Von der Idee versuche ich an Bildmaterial zu kommen, ob ich das jetzt im Netz finde, in Zeitschriften selber fotografiere, selber hinfahre, das ist egal. Die Hauptsache, ich kriege was, was ich umsetzen will und umsetzen kann. Ich würde sagen, Kunst braucht keinen Interpreten. Also ein Kunstwerk muss von sich aus von sich selber sprechen. Also ein Kunstwerk muss zudem auch die Fähigkeit haben, sein Geheimnis zu behalten. Das heißt, man guckt das Ding an und man fragt sich, was ist daran gut oder was ist das, was mich an diesem Ding halt fesselt. Und wenn ein Kunstwerk es eigentlich schafft, dieses Geheimnis zu behalten, dann ist es eigentlich die höchste Kunst. Im Grunde kann man nur Kunst machen oder es ist ja eine Form der Selbstständigkeit. Und jede Form der Selbstständigkeit beinhaltet eigentlich auch die Bereitschaft, sich selbst auszubeuten oder in einem Feld zu suchen, bei dem man noch nicht weiß, ob sich das lohnt oder nicht lohnt. Man muss einfach dranbleiben und sein Ding machen.